Geiler, richtig geiler! Nicht so abgefuckter, sondern eine geiler Käskuche! Das ist ein ganz edles Tröpfchen und mein Name tut nicht so, Sarah. Aber ich fucke beide doch so mal angespülter Ass und ich esse Bananen. Coquito ergo so oder so habe ich das, glaube ich, irgendwie so. Ja, ich koche, also bin ich. Und alles finden es so geil und ich habe mich schon immer gefreut. Wer fresst diesen Wichserkuch? Ich hatte mal eine Freundin, die hatte diese Angewohnheit immer, wenn sie aus der Disco kam, noch was zu essen. Und eines Abends kamen wir mal nach Hause und sie hatte noch so Hunger und hatte sich Spaghetti von vor drei Tagen oder so warm gemacht. und hatte sich die ganze Zeit darüber beklagt, dass sie so komisch schmecken würden. Und hatte erst bei der letzten Gabel gemerkt, dass die verschimmelt war. Reiste essen? Reiste Bare